Aus dem Homeoffice ein kurzer Überblick zu den wichtigsten Maßnahmen, die von Bund und Land bisher aufgrund von Covid-19 getroffen wurden. Soforthilfen für Soloselbstständige und kleine und mittelständische Unternehmen. In Hessen gibt es ein Soforthilfeprogramm, das unbürokratisch und schnell Zuschüsse zur Verfügung stellt, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Diese Zuschüsse bestehen aus Bundes-, aber auch aus Landesmitteln. Kleinstunternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten und Selbstständigen bekommen eine Einmalzahlung in Höhe von 10.000 Euro. Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten erhalten eine Soforthilfe in Höhe von 20.000 Euro. Und Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten bekommen 30.000 Euro. Für Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten sind Kredite der KfW, Expressbürgschaften der Bürgschaftsbank und Mikrokredite der WI-Bank relevant. Anspruch hierauf haben Unternehmen, Gewerbetreibende, Soloselbstständige, soziale Unternehmen, die als GGmbH firmieren, aber auch Künstlerinnen und Künstler, die in der Künstlersozialkasse versichert sind. Die Beantragung der kumulierten Bundes- und Landeszuschüsse erfolgt über einen einzelnen Antrag. Dieser Antrag kann spätestens ab Montag, den 30. März, online über das Regierungspräsidium Kassel gestellt werden. Die genaue Homepage wird noch bekannt gegeben und die IHK Darmstadt-Rhein-Bain-Neckar berät bei der Antragstellung gerne. Eine Hotline wird hier auch noch veröffentlicht. Bitte sehen Sie vorerst von formlosen Anträgen per E-Mail oder Fax bzw. Nachfragen an das Regierungspräsidium Kassel ab. Die Antragstellung wird online möglich sein, ab 30. März am Montag.